Ein durch Elektrizität ausgelöster Lichtbogen bedeutet offenes Feuer. Lichtböden entstehen in alltäglichen und ungeahnten Situationen. Ein Großteil der Zimmerbrände entsteht durch elektrischen Strom. Herkömmliche FI-Schalter erkennen die Fehlerquelle nicht und schalten nicht früh genug ab. Siemens-Technikexperte Thomas Reifetzhammer demonstriert mit einem Simulator die Problematik. Mit diesem Gerät kann man einen Fehlerlichtbogen simulieren. Man sieht hier einen Fehlerstromschutzschalter und einen Leitungsschutzschalter, so wie es eigentlich jeder in seiner Verteilung hat. Man sieht leider auch, dass die auf Fehlerlichtbögen nicht ansprechen. Man sieht, wenn man jetzt hier den selben Versuch mit der Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtung macht, schaltet der sehr schnell aus. In diesem neu errichteten Betriebsgebäude im niederösterreichischen Machfeld wird von der Elektrotechnik viel verlangt. Beleuchtung, Belüftung, Kühlung, Warnpräsentation, Hygiene oder Bürotechnik. Die verwendeten Baustoffe des Gebäudes sowie der Verkauf von Lebensmitteln, also leicht brennbaren Waren bei hoher Kundenfrequenz, erfordern höchstmögliche Sicherheit. Dafür wurde ein Schaltkasten konstruiert, in dem ein spezielles Schutzkonzept umgesetzt wurde. Das Schutzkonzept der Elektrotechnik sind natürlich viele Maßnahmen, die Hand in Hand greifen müssen. Ein wesentlicher Teil ist der Elektroverteiler. Wir haben den für den Lichtbogenschutzschalter drinnen als Brandschutzschalter. Wir haben kombinierte Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter drinnen für besonders sensible Bereiche, zum Beispiel die Alarmanlage oder die Tiefkühltruhe zum Beispiel. Und wir haben die Leitungsschutzschalter, die die Leitung vor Überstrom und vor Kurzschluss schützt. Hunderte Meter Kabelstränge, verlegt von Elektrotechnikern der E-Marke, treffen in diesem Schaltkasten auf Siemens Centron-Komponenten, die sich durch höchstmögliche Sicherheit, hohe Qualität und Praxistauglichkeit auszeichnen. In dem Fall ist das sogar die kompakteste Bauform, die es weltweit gibt. Das ist eben diese Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung mit einem Leitungsschutzschalter inkludiert. Siemens war damit am europäischen Markt der erste und hat dadurch auch die meiste Erfahrung. Also sie sind ausgesprochen betriebssicher. Mit Komponenten von höchster Qualität wird maximale Sicherheit erreicht. FI-Schalter, richtig dimensionierte Leitungsschutzschalter und die Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung. Geräte, die in jeden Schaltkasten gehören, nicht nur im Neubau, sondern auch in bestehende Anlagen in jedem Haushalt. Kabelbrände passieren schnell und anfangs unbemerkt. Wenn die Funken sprühen, kann es zu spät sein. Das Schutzkonzept der Elektrotechnik rettet Leben. Das Familie, wenn die Getieblarne fährt, wird die in jeden Schaltkasten eine Art desund dann. Das Schutz